Halli, hallo, hallole, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Dubs. Wir sind wieder hier auf Minecraft Apollo und auf der kurzen Burg der ganzen Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft habe ich das gesagt? Kann mir jemand das mal, vielleicht könnte man jemanden so einen Zusammenschnitt machen, wie oft ich das jetzt irgendwie gesagt habe? Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich meine, ein paar Anmoderationen habe ich ja anders gemacht, aber wir sind mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Anmoderationen ich jetzt mittlerweile bin. Aber egal, wir sind hier wieder bei Minecraft Apollo und das heißt, wir haben hier etwas viel zu tun und so weiter. In der letzten Folge sind wir bei dem Werten Julian eingebrochen und ich habe das Gefühl, dass er sich etwas revanchiert hat. Und zwar habe ich hier gemerkt, Leute, genau, hier wurde bei mir entclaimed. Und ich habe das gemerkt, weil ich hierher gelaufen bin und was weiß ich, und mir so dachte, okay, was ist denn los? Und dann habe ich dann das hier entdeckt. Hi, Tops. Dein kleiner Freund brachte dir sowieso nur Sorgen. Lass deine Falle offen, dass Julian reinfliegt. PS, ich baue so lange auf, bis du 100 Tod hast. Jetzt bin ich durcheinander und weiß jetzt nicht, ob das Flo gewesen ist, der probiert das irgendwie auszunehmen zu lassen wie Julian oder Julian, der ausprobieren lässt wie Flo. Also, ich weiß es selber nicht genau, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie ich das alles so, äh, ja, wie soll ich sagen, wie ich das empfinden soll. Weil, ganz ehrlich, so, ähm, ich habe jetzt bei Jürgen mal endlich mal sozusagen das Ding, äh, sozusagen die, 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 die Rache zurückgegeben. Und ich werde einfach, weißt du was, ich werde einfach nochmal gucken, dass ich bei Jürgen nochmal so, 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 so vorbeischauen, vielleicht nochmal Hallo sage. Weil, Jürgen muss es irgendwann mal lernen, wisst ihr, so, wie ich meine, ihr versteht, was ich meine. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall muss ich mal schauen, dass ich mal nachgucke, wo ich, äh, hier meine, äh, Postinisierungsangelegenheiten habe. Denn es gibt wieder ein, zwei Leute, die mir wahrscheinlich irgendwas schreiben wollten. Und, äh, ja, monatliche Steuerrate. Was? Äh, hey, Staatsbürger von Apollo. Ab heute müssen Steuern gezahlt werden. Das Steueramt wird jeden Monat eine Rechnung schreiben. Wenn sie nicht zahlen, ist, äh, das Steuerrechtlich gegen sie vortreten, zum Beispiel dein Haus wegnehmen. Äh, Steuerrechnungen, bla 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 bla, interessiert mich nicht. Äh, Steuerrechnungen, äh, 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 Pinguinsteuer. Okay, Jürgen wird das nicht kriegen. Und ich werde einfach so, äh, 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 wisst ihr was, ich werde einfach so sagen, nö. Und werde dementsprechend schauen, ob das jemand schon gezahlt hat, weil ich werde das nicht machen, weil ich habe da keinen Bock drauf, weil Jürgen einfach nur irgendwelche dummen Steuern reinmacht. Und, äh, ja, mal. Und, was sehe ich denn da? Wieder etwas Unkreatives. Okay, Leute, wir müssen aufpassen, weil, äh, Flo ist immer, immer sehr, sehr unkreativ. Deswegen, ich muss gucken, kann ich das hier rechtsklicken? Warte mal. Ich, ich, ich weiß doch schon wieder. Ich weiß schon wieder, dass hier irgendwas... Nicht ganz... Schon wieder, schon wieder. Wisst ihr, das Ding ist, das hier, das ist, das, das, Flo lässt es nicht sein. Flo hört einfach nicht auf damit. Der macht die ganze Zeit weiter. Der denkt, der wäre witzig, weißt du, der ist aber nicht witzig, wenn er das die ganze Zeit macht. Ich bin Flo, ich bin, ich mach meinen Kopf richtig, äh, ich bin so... Das ist so unkreativ, wisst ihr, so richtig unkreativ ist das. Komm schon, hier, da, das muss weg. Aber ich glaube noch nicht, dass es alles war. Also ich glaube, beim besten bin ich, dass es alles war. Warte mal. Äh, warte mal, was ist da? Lieber Tops, seit du meinen Kopf, äh, nicht richtig gemacht hast, hab ich deinen ein bisschen verschönert. Äh, dein Flo. Okay, ähm. Schon wieder. Da. Das ist doch... Guck mal. Der, der, der probiert es immer wieder. Ich hab die Dinger eigentlich dicht gemacht. Deswegen, äh, ja, ne, würde ich jetzt aber sagen, das ist doch einfach nur... Es ist einfach nur anstrengend, wisst ihr, Leute? Das, das, das... Das ist so unkreativ, wenn die das machen. Ne, 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 ne. Aber, naja, gut. Ich hab jetzt eine Idee. Ähm. Was war hier? Ich glaub, hier war irgendwie ein Kaktus oder sowas. Also, ne. Ähm. Julian hat ja jetzt hier irgendwie sein Gedöns gemacht. Warte mal, wo war das? Genau, sein... Äh. War das hier drüben? Ja, genau, da drüben. Wie weit ist das denn entfernt? Das ist... Uh, da müsste ich jetzt, glaub, Flo entklamm. Äh, Flo, äh. Eins entklamm, Jörn, drei entklamm. Und dann claim ich einfach sein komplettes Finanzhaus und sag, nein, wir wollen keine Steuern und, äh, er hat kein Anrecht. Das muss ja entschieden werden. Wenn jemand Steuern... So ist das, äh, man muss sozusagen entscheiden, ja, äh, die Steuern müssen ja für irgendwas eingesetzt werden. Und Jörn möchte sich einfach nur persönlich einsetzen, also kann das knicken. Und deswegen... Nein, ich akzeptiere das nicht und deswegen, äh, hat er Pech gehabt und, äh, ja, deswegen... Äh, 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 werde ich das einfach so... Ich könnte mal Loki fragen, ob der mir vielleicht ein bisschen helfen möchte, gegen, äh, die drei, zwei, drei und bei Flo, äh, eins. Das heißt, ich muss hier mal... Ich muss hier immer aufpassen, das ist so nervig, wie sie bald mache ich einfach mal so den ganzen Weg aus... Dings, was ich... Ich muss nicht... Okay, wisst ihr was? Ich frag einfach demnächst einfach mal die ganzen Götter, ob die mir mal helfen könnten. So, äh, 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 das heißt, ich hab bei Flo 1 in Claim, dann hier Jörn 3, das heißt, ich kann das so rübergehen und einfach mal schauen, dass ich hier mir mein, äh, Zeug zum Beispiel, mal, äh, mal gucken, was es denn hier so gibt. Das ist jetzt jetzt in mein Gebiet hier, ne? Ja, das ist genau, ne, gut, das ist noch nicht geklemmt, also, äh, 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 dieses ist das Finanzamt von Apollo. Hier können sie ihre Steuern, äh, 1 zahlen, okay, äh, äh, Aktionskurs, äh, ist ja schön und gut für dich, hier die Coins zum Verkaufen reinlegen, ähm, Apollo, Apollo Coins, okay, schön und gut, dass du das gemacht hast, Jürn, ähm, ich hoffe doch sehr, kann ich das hier irgendwie, ja, ich kann das jetzt abbauen, okay, warte mal, da geht's irgendwie runter, oder? Okay, mal schauen, hat da jemand schon, da ist das Ding zum Muster gemacht, hat da schon mal, hat denn jemand gezahlt, wisst ihr, so, 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 mh, ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich das machen soll, aber, ja, äh, da, da, ich, ich werde auf jeden Fall kein Geld sein, für etwas, was ich nicht bereit will, äh, zu zahlen, oder was hat sich alles deswegen, äh, ja, kriegt er hier ein bisschen Dirt rein, oder so, so, zack, wie ich, das ist, das hätte, äh, ich bin Jürn, ich denke, bitte, ne, 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 und, äh, ja, also, äh, muss ich halt gucken, dass ich dem sprechend ist, äh, ja, irgendwie da handhaben werde und deswegen, ja, mh, okay, Leute, ich muss irgendwie ganz, ähm, Lillis, äh, so, du Marde, du willst also verhindern, dass, äh, dass ich, dass ich mit heirate, äh, ähm, äh, äh, Leute, das, äh, Lillis, heiraten, weil, Lillis, äh, Liebesreie, also, Lillis, ähm, du musst wissen, hör mal zu, äh, du bist nur in, äh, mit verliebt, weil du, äh, einen Liebestrank getrunken hast, die ja eigentlich nicht für dich bestimmt war und was das ich jetzt, nein, du Marde, du denkst doch nicht wirklich, dass ich, äh, mich in den tollen, starken, stark gebauten und schlauen, ähm, nur durch einen Trank verlieben würde, äh, äh, doch, das denke ich, also, äh, 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 also, du musst halt so, 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 wissen, äh, es gibt auch ein Problem und zwar Lucifer ist abgehauen und, äh, das Problem ist halt, also, wenn, der wird, der wird wahrscheinlich wieder probieren, irgendwie an die Macht zu kommen und deswegen musst du aufpassen und das ist mir egal, momentan zählt für mich die Vorbereitung auf die Hochzeit, äh, äh, ja, aber wenn der wieder probiert an Macht zu kommen und dich dann stürzen will, dann haben wir alle Pech gehabt, zumindestens ist das so, äh, für mich, ich bin, du weißt, ich meine, so, 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 glaube ich, zumindest ist für uns alle das nicht unbedingt gut, ja, deswegen, hä, hä, äh, äh, ja, also, ähm, äh, wegen der Heirat wäre es nicht irgendwie machbar, dass man die doch absagen könnte oder sowas, weil, äh, niemals, äh, warum denn nicht, also, ich meine, Mip, jetzt war einfach nur verängstigt und kleine Weißer nicht mehr, wie, 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 wie ich meine, das ist halt so, er wird mein Mann werden, keine Widerrede, mhm, vielleicht könnte man aber auch was drum wetten, ich hätte so eine Idee, was man machen könnte, da hinten, hier, so, hier drüben, gibt es so ein, äh, Dingensens, was meinst du mit wetten, äh, hier drüben gibt es hier so ein, äh, Dingensens, so, 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 wie, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein Rennen, das, äh, das, wo man sozusagen Sachen entscheiden kann, das, weißt du, ich meine, äh, das bedeutet nämlich, dass ich mehr oder weniger, ähm, hier, äh, mit dir ein Rennen machen könnte, prinzipiell, äh, und wenn ich gewinne, äh, dann, 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 dann lässt du dir, sagst du die Hochzeit ab und dann lässt du es sein, okay, ich meine, äh, dann, dann, dann wäre das doch eigentlich eine gute Lösung für uns alle, hm, wenn ich gewinne, wirst du traurig zu gefilmt werden, verstanden, mal, äh, 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 ich, ich, äh, ja, okay, okay, ich meine, ich bin ein Profi, ich werde dir sagen, also ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin hier, äh, der allerbeste und so weiter, ne, also, da, da, da wirst du mehr oder weniger, äh, keine Chance haben, also schnapp die da drin, also ich glaube, da drin müssen noch ein, äh, paar Pogesticks sein, äh, schnapp dir einen Pogestick, ähm, wir machen uns zwei bereit, okay, Leute, äh, wenn ich gegen, äh, Lilith jetzt hier in diesem Rennen gewinnt, dann werde ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass MIP sozusagen gerettet wird, in Anführungszeichen. Und deswegen, ähm, okay, gut. Äh, Lilith, wir springen hier so hoch. Äh, ich werde nicht verlieren. Ja, ist ja, ist ja schön und gut. Also, ähm, Lilith, äh, schon mal sprungbereit machen, genau. So, doing, 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 okay. Ich seh ab von drei, eins, zwei, drei, los! Ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das, 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 dass ich das gewinnen werde, weil ich darf nicht zulassen, dass MIP einfach jetzt so los ist. Äh, nur, 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 weil, 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 Dinge zu, äh, Lilith verliebt ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange, äh, sich da dran hält, aber ich hab da so ein bisschen meine Bedenken von, dass das irgendwie auf Dauern ne gute Beziehung wird und, äh, deswegen. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Ist die, wo ist die, wo ist die? Okay, die sind am ja, okay, nice. Äh, wir nehmen hier, glaub, die Abkürzung oder so. Das ist ein bisschen, äh, riskanterer Weg. Aber nein! Nein, 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 okay, gut. Äh, wir müssen nämlich gucken, dass wir hier einen, äh, mehr oder weniger, oh mein Gott, nein, da sie ist ja da oben, oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Boing, 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 please. Ah, bitte, bitte. Oh mein Gott, ja, ich bin wieder auf dem Weg. Oh mein Gott, sie ist da vorne. Ich glaub aber, ich weiß jetzt nicht, so, 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 sie scheint auch noch nicht so ganz, äh, klar zu kommen mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Pogo von Stick. Äh, oh mein Gott, okay. Sie, 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 fährt oder sie läuft, die springt rechts. Nenn man das fahren oder, äh, spring? Ich weiß, dass nicht wieder laufen. Äh, sie nimmt die rechte Route, okay. Ah, 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 okay. Jetzt muss ich hier schnell lang. Ah, hier durch dieses komische Dorf und so weiter. Mein Gott, bitte. Ihm, ist wissen, wenn jetzt mir, äh, mit ihrem Verheirateten, dass dann mit uns nehmen wir nicht helfen, dann haben wir, äh, ein bisschen Dinge, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie die Königin der Hölle dann ein bisschen Beanspruchend sein wird Und dann sozusagen Ja ihr wisst was ich meine Oh mein Gott Bitte, bitte, bitte Oh mein Gott Bitte, bitte, bitte Oh mein Gott, bitte Komm schon Ja, okay, ich glaube es ist Stimmt, es gab ja diesen einen Trick Ah ja, okay, es gab ja diesen einen Trick Wo man ein bisschen schneller war Und deswegen gemeint hätte Oh mein Gott Das war knapp, so knapp Okay, hier drüber, hier drüber, hier drüber Auch das Lillipad drauf Ja, nice Okay, wir müssen nämlich aufpassen Wir müssen auch aufpassen wegen Lucifer Weil wenn Lucifer wieder da ist Oder abgehauen ist Dann wird er sich wahrscheinlich wieder probieren Irgendwie den Thron unter den Fingernagel zu reißen Ich meine, ihr ist das irgendwie komplett egal Weil sie möchte heiraten Ich meine, okay Jeder kann so ein bisschen sagen Ja hier, ich möchte jemanden haben Aber Leute Okay, wir sind jetzt hier Ich glaube bei dem Teil Wo ich eigentlich immer gefällt habe Ich weiß jetzt nicht Ob ich das jetzt mal schaffen werde Ich hoffe, dass ich es auf jeden Fall mal schaffen werde Deswegen wünscht mir Glück, Leute Oh mein Gott Boing 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 Okay, okay, okay Hulalalala Oh mein Gott, das war gerade richtig knapp Okay, okay So, zacki Zacki Oh mein Gott Das ist voll Nein, 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 nein Wie schnell ist sie denn? Ich kann die schon mit, oder? Nein, 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 nein Ich glaube nicht, dass sie schon mit Okay, zacki Zacki Oh mein Gott Ich hole sie an Ich muss sie an Nice, 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 nice Ach Gott, Leute Seid ihr eigentlich so Rennfahrer? Oh mein Gott, nein, nein, nein Wir sind hier rausgefahren Oh mein Gott, nein Oh Gott Boing Boing Danke, danke, danke dafür Oh mein Gott Okay Seid ihr irgendwie so Rennfahrer Profi Profis Professionellisten Keine Ahnung Deswegen Sagt mir einfach Ob ihr da irgendwie eine Ahnung von habt Oder nicht Oh mein Gott Nein Nein, 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 nein Ich habe früher Ich habe früher mal Need for Speed gespielt Ich habe früher mal Need for Speed gespielt Deswegen Oh mein Gott Okay, ich glaube wir haben die Hälfte Wir haben die Hälfte des Rennens Geschafft Oh mein Gott Okay, okay Okay, schnell, 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 schnell Komm, komm, komm 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 Bitte, bitte Hallo Oh mein Gott Hallo Es lebt Oh mein Gott Hat es mega lang gedauert Nein, 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 nein Okay, okay Hier rüber springen Weil das habe ich bis jetzt nie geschafft Diesen blöden Sprung Und Oh mein Gott Okay Das ist immer Ich finde es irgendwie lustig Es ist einfach nur so ein ganz kurzer Weg Mit den Dingen Also mit den Portalen Aber irgendwie sind die Portale werden ja dann irgendwie in der Welt und ach, was weiß ich, irgendwie ich das ein bisschen durcheinander bringen Sprung, Sprung da drauf Okay, okay Okay, okay, okay Huh, okay, da vorne ist sie Sie ist nicht weit, also sie ist wahrscheinlich etwas ungeübt, weil die Königin der Hölle, die springt wahrscheinlich nicht auf mit einem Pogostick und deswegen habt ihr schon mal mit so einem Pogostick gesprungen und würdet ihr das auch würdet ihr auch so eine Renn in Real Life cool finden ich glaube, das wäre wirklich mal lustig, so ein Rennen im Real Life mit so einem Pogostick, aber ich glaube, die würden dann nicht so funktionieren wie hier in Microchapolos, wäre mega witzig wenn man so hoch springen könnte wie so ein Haus mein Gott, bitte ich darf sie nicht gewinnen lassen für MIP, Leute, wir müssen für MIP gewinnen wenn ich verliere, dann muss ich sogar noch Trauerzeuge sein, ich habe absolut keine Ahnung wie man das machen muss, deswegen mein Gott, bitte bitte, 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 sie ist glaube ich, die Abkürzung oder so gegangen bitte, bitte, okay zacki, zacki, okay aber die Abkürzung macht nicht, glaube ich, hierher ich glaube, es ist einfach mehr oder weniger Jacke wie Hose ich glaube, nur bei den anderen Dingen kann man ein bisschen schneller ich habe sie überholt, ich habe sie überholt ja, 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 ja ha, ha, ha okay, okay, Leute, okay oh mein Gott das war gerade mega knapp oh mein Gott, das war auch mega knapp oh mein Gott Alter, sie ist mega schnell, ne okay, ich glaube, ich kann hier einfach mal so auf den Rand so, äh, zudingsen okay, oh mein Gott jetzt kommt die, okay, jetzt kommt die Höhle, Leute jetzt kommt die Höhle doing, doing, doing okay, Leute doing, das ist jetzt mein Punkt, wo ich scheinen kann boing, boing private, private, geheime, geheime, geheime Taktik äh, bitte, bitte, bitte oh mein Gott, bitte, 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 bitte ja, 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 ja ja, warte, nein, 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 oh mein Gott, nein, nein komm, 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 komm fast geschafft, fast geschafft ja, ja, warte so Nein, 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 nein Ich sehe dich, Lüdes, nein, wieso fliege ich, wieso Limitation, oh mein Gott Gewonnen, ey, das ist Schummeln Hallo, aufhören, hallo, ich will hier runter Hallo, hallo, oh mein Gott Dachtest du ernsthaft, dass ich einfach so einwillige, du Mader Oh mein Gott Oh mein Gott, ey Hallo, was soll das denn, ha, was soll das denn Milp gehört mir und du wirst, und du wirst ein Trauzeuger Äh, oh Gott, nein Das war doch Schummeln, Leute Mann, Leute, wisst ihr was Ich muss mir was anderes einfallen lassen Ich glaube, ich muss auch für diese Fragen Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann die mir helfen Okay, Leute, wisst ihr was Lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Schaut auf jeden Fall auf meinem Shop vorbei Auf www.clops.de Für die coolen neuen Masken Schlaf schön, träume schön, was es gibt Bis dann, ciao 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 Ciao